Hallo, herzlich willkommen, ich bin der Semitex-Fookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Wir rasen durch die Stadt, Need for Speed und wir machen auch noch Trifft-Challenges, das ist wieder ein Gymkang-Hana, wie man das auch immer ausspricht. Ja, wir triften diesmal das zweite Trifft-Video, wer es zuvor gesehen hat, war die ersten Versuche von mir und weil die Güte gut peinlich. Und, ja, aber jetzt, wenn man mit der Einstellung ein bisschen spielt, geht es ganz gut. Das ist wieder ein Zeigen, wie es geht, auch schwer. Und diesmal müssen wir 135.000 Trifft-Punkte machen. In 5 Minuten, 6 Minuten geht das Ding, ist ja der Wahnsinn. Und wir rasen vom Anabee. Versuchen und so weiteres und ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, euer Wookie. 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 Ciao, euer Wookie.